Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Ja, aus dem Hause Essex möchte ich euch hier den Gel Foundation 10 vorstellen mit der etwas breiteren Leistenform 2E. Der Schuh wurde extra auf die Bedürfnisse etwas kompakterer Läufer abgestimmt. Die umfassenden Dämpfungs- und Stützelemente spielen hier eine besonders große Rolle. Die Soleit-Zwischensohle und die Geldämpfungselemente im Vorfuß und hier hinten im Fersenbereich bilden dabei eine komfortable Einheit. Damit läuft sich der Foundation auf den verschiedensten Untergründen nicht nur angenehm weich. Gleichzeitig werden auch Muskeln, Sehnen und Gelenke vor zu starken Aufprallkräften gestützt. Denn man muss sich vorstellen, dass mit jedem Laufschritt das 2- bis 4-fache des Körpergewichtes auf dem Bewegungsapparat lastet. Eine Unterstützung unter dem Mittelfußbereich und an der Innenseite des Schuhs bieten auch Überpronierern, die also in der Laufbewegung etwas zu stark nach innen einknicken, ein sicheres Laufgefühl. Dass der Foundation aber trotz allem Komfort ein sehr flexibles Abrollverhalten an den Tag legt, liegt an der Kombination verschiedener Flexkerben an der Außenseite des Schuhs. Und diese Flexkerben führen den Läufer zum idealen Abdruckpunkt. Der Essex Gale Foundation 10 begleitet den etwas kompakteren Läufer mit Überpronation auf allen möglichen Streckenlängen und bietet eine tolle Kombination aus Komfort und Flexibilität. Ihr erhaltet ihn in allen Runners Point Filialen oder direkt hier bei uns im Onlineshop unter www.runnerspoint.com. Geekino Untertitelung des ZDF, 2020